Die Sitzung ist eröffnet, nehmen Sie bitte Platz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich. Wir setzen unsere Haushaltsberatungen fort und heute wie immer am Mittwoch der Haushaltswoche mit dem Einzelplan 04. Das ist der Einzelplan der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzleramtes. Dazu liegen die Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf den Drucksachen 9824 und 9825 vor. Berichterstatter sind die Abgeordneten Rüdiger Kruse, Bernhard Schulte Drügelte, Johannes Kahrs, Gesine Lötzsch, Tobias Lindner und Anja Heiduck. Über diesen Einzelplan 04 werden wir später namentlich abstimmen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 224 Minuten vorgesehen. Das sollte auskömmlich sein, auch wenn nicht jede Einzelheit des Bundeshaushaltes dabei vorgetragen werden kann und muss. Ich bitte schon jetzt ein bisschen, dieses vereinbarte Zeitmaß im Auge zu behalten. Jedenfalls sehe ich gegen diese Vereinbarung keinen Widerspruch, also können wir so verfahren. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Kollegin Sarah Wagenknecht für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Bundeskanzlerin, es ist schon verblüffend, wie Politik manchmal funktioniert. In Deutschland wachsen soziale Ungleichheit und Verunsicherung und mit Ihnen die Wahlergebnisse der AfD. In Europa ist die deutsche Regierung so isoliert wie lange nicht mehr. Als bevorzugten Partner hat sich die Kanzlerin ausgerechnet einen türkischen Diktator ausgesucht, der Journalisten und Oppositionelle ins Gefängnis werfen lässt und die Todesstrafe großartig findet. Trotz allem scheint sich die CDU-CSU, das zeigt ja auch ihre wunderbare Stimmung heute, auf ein Weiter-so mit dieser Kanzlerin, mit dieser Frau Merkel allen Ernstes zu freuen. Ich kann nur sagen, die Menschen in diesem Land können sich darauf nicht freuen. Und ich sage Ihnen deswegen auch, dazu wird es nicht kommen. Und wenn ich mich, wenn ich sehe, wie Sie sich da verhalten, da fällt einem wirklich nur noch der Satz von Albert Einstein ein. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Am Ende ändert sich dann doch meistens etwas, aber vielleicht anders, als er hofft. In den USA hat die Führung der Demokraten den Hoffnungsträger Bernie Sanders verhindert, um dann mit einer Kandidatin des Establishments, die im Grunde all das verkörperte, was die Menschen an der Demokratie verzweifeln lässt, um mit einer solchen Kandidatin Donald Trump den Weg ins Weiße Haus zu ebnen. Das sollte nicht nur der SPD zu denken geben, sondern natürlich auch der CDU, die immerhin auch schon mal Kanzler hatte, die den Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Oligarchie, einer Reichtungsherrschaft noch ganz gut kannten. Wohlstand für alle, Frau Merkel, wäre nett, wenn Sie mir zuhören könnten. Wohlstand für alle, Frau Merkel, damit war anderes gemeint, als die marktkonforme Verwaltung eines globalisierten Raubtierkapitalismus, der die Mittelschicht zerstört und diese Gesellschaft immer tiefer sozial spaltet. In der alten CDU übrigens, in der alten CDU wäre eine Situation, in der man sogar gemeinsam mit der SPD noch nicht mal mehr die Hälfte der Wählerinnen und Wähler erreicht, auch noch komplett unvorstellbar gewesen. Aber damals wusste natürlich auch die SPD noch, dass Arbeiterparteien nicht dafür gegründet worden waren, ihre Minister an zahlungskräftige Wirtschaftslobbyisten zu vermieten und denen dann die Wünsche von den Augen abzulesen, mögen sie nun Senkung der Lohnkosten oder CETA heißen. Und Sie machen weiter, als wäre nichts passiert. Als untrügliches Signal des Großkoalitionären weiter so, schlagen Sie uns jetzt also gemeinsam Frank-Walter Steinmeier für das Amt des nächsten Bundespräsidenten vor. Und hätten wir mit der Kandidatur des profilierten Agenda-Kritikers Christoph Budderwecke nicht noch ein bisschen Frischluft in Ihren muffigen Konsens gebracht, dann hätten Sie die Bundesversammlung auch gleich ganz absagen können. Es sind doch genau solche Wahlen, bei denen es nichts mehr zu entscheiden gibt, die die Menschen an der Demokratie verzweifeln lassen und die auch demokratische Entscheidungen zu einer Farce machen. Als die Briten im Juni für den Ausstieg aus der EU votierten, da waren sie alle geschockt, um dann mit doppelter Energie das Konzernschutzabkommen CETA in der EU durchzuboxen. Klasse gemacht, beim nächsten Exit-Referendum haben die Befürworter ein Argument mehr auf ihrer Seite. Als vor zwei Wochen die US-Bürger für Trump statt für ihre gemeinsame Favoritin Clinton stimmten, da waren sie wieder alle geschockt. Aber ihre einzige Schlussfolgerung scheint zu sein, jetzt einen europäischen Hochrüstungswettlauf zu starten. Ja, glauben Sie wirklich? Das ist es, worauf die Millionen Abstiegsgefährdeten in Europa und die verlorene Generation in den Krisenländern gewartet haben. Offenbar hat ja selbst noch ein Donald Trump wirtschaftspolitisch mehr drauf als Sie. Denn immerhin hat der Mann begriffen, dass staatliche Industriepolitik besser ist als billige Dienstleistungsjobs. Und dass gegen Krise und marode Infrastruktur nicht Kürzungspolitik hilft, sondern ein groß angelegtes öffentliches Investitionsprogramm. Und weil schon die Ankündigung dieses Programms zu höheren Zinsen in den USA geführt hat, wird Europa unter Ihrer Führung wohl lieber mit seinem Geld neue Brücken und moderne Netze in den USA finanzieren, statt den Niedergang der europäischen Infrastruktur endlich zu stoppen und Industriearbeitsplätze auch in Frankreich und Italien zu verteidigen und zu retten. Aber merken Sie denn gar nicht, dass es genau diese fatale Politik ist, die Europa spaltet und immer mehr kaputt gehen lässt? Sollte im nächsten Jahr tatsächlich Marine Le Pen französische Präsidentin werden, dann werden Sie wieder alle geschockt sein. Und wahrscheinlich beklagen Sie dann wieder die Verführungsmacht geschickter Populisten und das Zeitalter des Postfaktischen. Also ich muss Ihnen sagen, wenn etwas postfaktisch ist, dann sind das nicht die Emotionen der Menschen, die sich von Ihrer Politik im Stich gelassen fühlen, sondern sind das die Lügenmärchen, die Sie ihnen erzählen, um zu begründen, dass diese Politik angeblich alternativlos ist. Ist es denn wirklich so schwer zu verstehen? Die US-Bürger, die haben doch gar nicht in erster Linie den Milliardär Donald Trump gewählt. Sie haben das weiter so abgewählt. Und dafür hatten Sie in einem Land, wo die mittleren Löhne heute unter dem Niveau der 80er Jahre liegen, natürlich allen Grund. Und auch in Deutschland haben immer mehr Menschen gute Gründe, enttäuscht und wütend zu sein über eine großkoalitionäre Einheitspolitik, die sich für ihre elementaren Lebensinteressen, für ihre Zukunftsängste überhaupt nicht mehr interessiert, sondern gleichgültig und emotionslos immer wieder Entscheidungen fällt, die die Reichen noch reicher, die Konzerne noch unverschämter. Und das Leben der arbeitenden Mitte und der Ärmeren noch unsicherer und prekärer machen. Ich finde, eine solche Politik ist unglaublich und ist wirklich verantwortungslos. Gucken Sie sich doch an, wie sich dieses Land in den letzten 20 Jahren verändert hat. Trotz boomender Exportwirtschaft, trotz Wirtschaftswachstum, lebt heute in Deutschland jeder sechste Rentner in Armut und muss sich um seine Lebensleistung betrogen fühlen. Immer mehr Kinder beginnen ihr Leben mit der Grunderfahrung, dass sie von der schönen, bunten Welt ausgeschlossen sind und dass ihnen das Leben viel weniger bieten wird als anderen. Millionen Arbeitnehmer werden in Leiharbeit, Werkverträgen und Dauerbefristungen zu Beschäftigten zweiter Klasse degradiert und diejenigen, deren Löhne kein Tarifvertrag mehr regelt. Und das ist inzwischen jeder Zweite. Diejenigen verdienen inzwischen 18 Prozent weniger als im Jahr 2000. Und diesen Menschen erzählen Sie, Deutschland geht es gut und die sollen sich freuen über Ihre erfolgreiche Politik. Das ist doch der blanke Hohn, was Sie da machen. Sie erzählen Ihnen, die Agenda 2010 hätte ein Jobwunder ausgelöst. Ja, wir hatten mal in Deutschland 5 Millionen Arbeitslose. Heute bekommen nur noch 800.000 Menschen Arbeitslosengeld II. Aber dafür gibt es 4,3 Millionen erwerbsfähige Hartz-IV-Empfänger, die alle arbeiten möchten, teilweise sogar Arbeit haben, teilweise sogar Vollzeitarbeit haben und trotzdem von staatlichen Lohnersatzleistungen abhängig bleiben. Und das macht in der Summe immer noch 5,1 Millionen Menschen. Was ist denn das für ein Fortschritt? Die CDU einschließlich der Kanzlerin sollte aufhören, die Agenda 2010 als Erfolgsmodell zu preisen und sollte endlich wieder ein humanes Arbeitsrecht in Deutschland durchsetzen, wenn sie einen deutschen Donald Trump verhindern will. Diesen weisen Satz hat Ihnen letzte Woche Ihr ehemaliger Generalsekretär Heiner Geisler zugerufen. Und wenn die Mahnung schon bei der CDU-CSU auf taube Ohren stößt, zumindest Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, müssen Sie nicht in Ihren Stühlen versinken, wenn Sie merken, dass ein ehemaliger CDU-Generalsekretär, der sich treu geblieben ist, inzwischen weit links von Ihnen steht. Gleichen Lohn für gleiche Arbeit hat die SPD bei der letzten Wahl versprochen. Und was haben Sie gemacht? Ein Gesetz, das es Daimler, BMW und Co. in Zukunft sogar erleichtert, reguläre Jobs dauerhaft durch Leiharbeit zu ersetzen oder ein Werkvertragsunternehmen auszulagern. Das ist doch schäbig. Da glaubt Ihnen doch niemand mehr irgendwas, wenn Sie solche Politik machen. Und selbst diejenigen in Deutschland, die sich all das noch leisten können, was für andere bereits zum unerschwinglichen Luxus geworden ist, eine gute Ausbildung der Kinder, private Vorsorge fürs Alter, Urlaubsreisen, Wohneigentum. Wie viele von Ihnen leben in der ständigen Angst, nach der nächsten Betriebsverlagerung auch zu den Verlierern zu gehören oder eiskalt aussortiert zu werden, wenn sie krank werden oder wenn sie nicht mehr ständig Höchstleistungen bringen können. Der American Dream, der ist doch längst auch bei uns ausgeträumt. Wer außerhalb der Oberschicht glaubt denn heute noch, dass es den Kindern mal besser gehen wird als ihren Eltern? Die meisten erleben das Gegenteil. Und das ist nicht Ergebnis einer Naturgewalt namens Globalisierung, sondern Ergebnis politischer Entscheidungen. Und auch Ihre Legende, rabiate Rentenkürzungen, seien notwendig, um die junge Generation vor zu hohen Belastungen zu bewahren. Die passt doch wirklich bestens ins Zeitalter des Postfaktischen. Rechnen wir doch mal durch. Der aktuelle Beitragssatz zur gesetzlichen Rente liegt bei 18,7 Prozent, hälftig bezahlt von Unternehmen und Beschäftigten. Zusätzlich sollen die Beschäftigten dann noch 4 Prozent ihres Einkommens in einen jener sinnlosen Riester-Verträge versenken, von denen inzwischen jeder weiß, dass sie nur Banken und Versicherungen reich machen. Aber wer glaubte, die Maschmeyer-Kumpel Schröder und Riester, das sei schon der Tiefpunkt gewesen, also dem beweist Frau Nahles, dass es wirklich noch schlimmer geht. Ich rede von Ihren Plänen für eine sogenannte Betriebsrente, die genau wie Riester natürlich auch allein von den Beschäftigten bezahlt werden soll, und die sich von den unsäglichen Riester-Produkten eigentlich nur an einem einzigen Punkt unterscheidet. Bei Riester mussten die Anbieter zumindest noch den Erhalt der eingezahlten Beiträge garantieren. Die Betriebsrente subventioniert der Staat auch dann, wenn das volle Verlustrisiko auf den künftigen Rentner abgewälzt wird. Und wenn wir zusammenzählen, dann laufen die Rentenpläne der Großen Koalition darauf hinaus, dass Arbeitnehmer in Zukunft bis zu 20 Prozent ihres Einkommens für die Altersvorsorge aufwenden sollen, um damit Rentenansprüche zu erwerben, die sich anders als die Umlagerente bei der nächsten großen Finanzkrise in heiße Luft auflösen können. Und das dann noch als Entlastung der jungen Generation zu verkaufen, also darauf muss man wirklich erst mal kommen. Und dabei brauchen Sie nur über die Bayerischen Alpen hinaus zu gucken, um zu sehen, wie es vielleicht besser geht und wie man Rentenreform vernünftig machen kann. Nachdem in Österreich Rentenkürzungen aller Riester am Widerstand der Gewerkschaften gescheitert sind, hat man eben die gesetzliche Rente zukunftsfest gemacht. Das heißt, es gibt heute einen einheitlichen Topf, wo alle einen zahlen, auch Selbstständige und Beamte. Der Beitragssatz liegt bei 22,8 Prozent. Allerdings zahlen die Unternehmen mehr als die Beschäftigten. Und dieses System finanziert für langjährig Versicherte Renten von 1.800 Euro im Monat. Die Mindestrente beträgt 1.030 Euro. Und Sie muten Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, Armutsrenten von 1.000 Euro und weniger zu. Das sind 800 Euro weniger als in Österreich. Das ist doch unglaublich. Stoppen Sie endlich diese verantwortungslose Rentenpolitik, die millionenfache Altersarmut produziert. Und bei der Krankenversicherung genau das Gleiche. Seit Ende der hälftigen Finanzierung steigt der Zusatzbeitrag der Arbeitnehmer. Und er steigt auch deshalb, weil der Pauschalbeitrag, den der Bund an die Kassen für Hartz-IV-Bezieher überweist, die realen Kosten nicht deckt. Das heißt, je mehr Hartz-IV-Empfänger, und Sie wissen, dass die meisten Flüchtlinge ab nächstes Jahr Hartz-IV bekommen werden, desto teurer wird es für den Postzusteller und die Aldi-Kassiererin, während der privatversicherte Chef von Ihnen und natürlich auch die Konzerne, bei denen Sie arbeiten, von solchen gesellschaftlichen Aufgaben komplett verschont werden. Das ist doch ein Skandal. Wenn man sich diese Politik anguckt, da muss man fast schon den Verdacht haben, Sie haben einen geheimen Werbevertrag mit der AfD abgeschlossen. Das ist doch unglaublich, was Sie machen. Es ging also bei den Krankenkassen wie bei der Zerschlagung der Rente nie um etwas anderes als um die Senkung der Lohnkosten und die Steigerung der Unternehmensgewinne. Und von wegen mit den Gewinnen steigen auch die Investitionen. Wissen Sie, wie hoch die Reinvestitionsquote deutscher Industrieunternehmen im Inland heute ist? 5 Prozent. 5 Prozent. Das heißt, 95 Prozent der Gewinne, die Sie durch Ihre Politik so erfolgreich erhöht haben, werden an die Eigentümer ausgeschüttet, in Finanzanlagen geparkt oder eben für Investitionen im Ausland genutzt. Und trotzdem verzichten Sie bis heute darauf, wieder einen größeren Teil der Unternehmensgewinne zur Finanzierung des Sozialstaates heranzuziehen. Wir halten das für völlig unverantwortlich. Aus allen wichtigen Bereichen, in denen er früher dem Leben der Menschen Stabilität und Sicherheit gegeben hat, hat der Staat sich zurückgezogen. Nicht nur die Sozialversicherungen wurden demoliert. Auch kommunale Wohnungen wurden privaten Renditejägern auf dem Silbertablett serviert, genau wie Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Weil es sich nicht rechnet, fährt zu kleinen Orten kein Bus mehr und der nächste Arzt ist meilenweit entfernt. Und auch der jahrelange Personalabbau bei der Polizei hat ganze Wohnviertel zu nächtlichen No-Go-Areas gemacht. Und in den baufälligen Schulen dieser Viertel werden von überlasteten Lehrern auch nicht die hochqualifizierten Fachkräfte der Zukunft ausgebildet, sondern junge Menschen, von denen viele im Leben nie eine Chance bekommen werden. Weil das chronisch unterfinanzierte Bildungssystem dieses reichen Landes noch nicht einmal in der Lage ist, ihnen elementare Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten beizubringen. 21 Milliarden Euro weniger als der Durchschnitt der OECD-Staaten gibt Deutschland jährlich für seine Schulen und Universitäten aus. Was für ein Armutszeugnis, Frau Merkel. Und sagen Sie jetzt nicht, sagen Sie jetzt nicht, Bildung ist doch Ländersache. Es ist Ihr steuerpolitisches Wohlfühlprogramm für Konzerne und Superreiche, das die Verantwortung dafür trägt, dass viele Länder und Kommunen ihre Aufgaben überhaupt nicht mehr erfüllen können. Sie feiern sich für Ihre schwarze Null. Wissen Sie überhaupt, wie die Realität in vielen armen Städten und Gemeinden dieses Landes aussieht? Dort hat Ihre Kombination aus staatlicher Reichtumspflege und wir schaffen das. Dramatische Folgen. Wegen der zusätzlichen Aufgaben ist die Verschuldung vieler Städte und Gemeinden weiter gewachsen im letzten Jahr, gerade auch in Nordrhein-Westfalen. Und überschuldete Gemeinden können ihren Bürgern immer weniger bieten. Keine ordentlichen Kitas, keine Bibliothek, keinen Zuschuss zum Kulturverein oder auch zum Sportverein. In Gelsenkirchen, wo 40 Prozent aller Kinder in Hartz-IV-Familien aufwachsen, werden gerade mehrere Schwimmbäder geschlossen. Im überschuldeten Duisburg muss in den nächsten Jahren jede achte Stelle gestrichen werden, also noch weniger Erzieherinnen, noch weniger Personal an Krankenhäusern. Und Ihre tollkühnen Privatisierungspläne, die gehen ja immer weiter. Jetzt sollen sogar die Autobahnen, die die Menschen mit ihren Steuern bezahlt werden, über sogenannte öffentlich-private Partnerschaften an Finanzinvestoren verscherbelt werden. Ja, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Der einfache Bürger kämpft um das Überleben, während die Profiteure, die reiche Oberschicht, sich nicht um uns kümmern, schrieb mir vor kurzem eine 31-jährige Hochschulabsolventin, die heute bei Air Berlin als Flugbegleiterin arbeitet und selbst um diesen Job jetzt bangen muss. Wo ist denn die Lebensqualität geblieben, die jedem Menschen zusteht, fragt sie in ihrer Mail. Anstatt das Leben zu genießen, ist man ständig darauf bedacht, seine Arbeit nicht zu verlieren. Denn in diesem heutigen Deutschland gibt es keine Garantien und keine Sicherheiten mehr. Soweit eine junge 31-jährige Frau, die ein Hochschulstudium absolviert hat. Und ein mittelständischer Unternehmer schildert mir in einer Mail, wie ihm große Konzerne unter Ausnutzung ihrer Marktmacht die Luft zum Atmen nehmen. Er schreibt, als Kind italienischer Einwanderer bin ich hier geboren und aufgewachsen, habe also Deutschland in einer Zeit erlebt, als noch alles möglich war mit ehrlicher Arbeit. Heute ist das anders. In einem konzerngesteuerten Land, wie wir es heute haben, gibt es keine Demokratie. Wie erklären, das ist das Zitat aus der Mail eines Bürgers, ich muss sagen, wie Sie reagieren, wenn man hier Stimmen von Bürgern und Bürgern vorträgt, das zeigt die ganze Arroganz Ihrer Politik. Und dann müssen Sie sich auch nicht wundern, dass Ihnen immer die Wähler weglaufen. Und ich muss auch sagen, wie erklären Sie einem ums Überleben kämpfenden Mittelständler, dass er für jeden Eurogewinn mindestens 30 Prozent Steuern zahlen muss, während Konzerne wie Google, Apple und Facebook in Europa mit Steuersätzen von 0,005 Prozent verwöhnt werden. Oder wie erklären Sie einem hart arbeitenden Beschäftigten, dass schon ab einem Einkommen von 1.140 Euro ein Steuersatz von 24 Prozent fällig wird, während es die schwerreichen Erben von Milliardenvermögen nach Auffassung der Großen Koalition offenbar komplett überfordern würde, auch nur einen einzigen Euro Erbschaftssteuer zu zahlen? Oder wie erklären Sie es einem Kleinsparer, der sein mühsam Erspartes durch Bankgebühren und Niedrigzinsen wegschmelzen sieht, dass das Vermögen der 500 Reichsten in Deutschland um 9 bis 10 Prozent jedes Jahr steigt und inzwischen den irren Betrag von 723 Milliarden Euro erreicht hat? Oder wie erklären Sie einer alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin, dass von ihr bei sogenanntem sozialwidrigen Verhalten, und das liegt schon vor, wenn sie ein kleines Geldgeschenk für ihr Kind nicht angemeldet hat, dass dann neuerdings drei Jahre rückwirkend alle Leistungen zurückgefordert werden können? Während zum Beispiel das Management der Deutschen Bank, das allein seit 2009 Boni in Höhe von 24 Milliarden Euro eingestrichen hat, nie Gefahr läuft, auch nur einen Euro zurückgeben zu müssen, egal wie sozialwidrig oder auch kriminell das Geschäftsmodell dieser Bank ist, und ob sie dadurch irgendwann wieder in so viele Schwierigkeiten kommt, dass sie beim Staat die Hand aufhalten muss. Sie können das alles gar nicht erklären, weil es gibt dafür keine objektiven Gründe. Die einzige Erklärung ist ihr fehlender Mut, sich mit den wirtschaftlich Mächtigen anzulegen. Natürlich ist das alles nicht alternativlos. Natürlich kann man auch die Riesenvermögen der Multimillionäre besteuern, statt Städte und Gemeinden am langen Arm verhungern zu lassen. Natürlich kann man Patent- und Lizenzgebühren, die nur dazu dienen, Konzerngewinne in Steueroasen zu verschieben, auch einfach nicht mehr als gewinnmindernd anerkennen. Und dann sind die ganzen Steuertricks der Multis erledigt. Das können Sie hier in Deutschland beschließen. Da brauchen Sie noch nicht mal die EU dafür. Und natürlich kann man den Sozialstaat wiederherstellen und ein ordentliches Arbeitsrecht, das die Beschäftigten schützt und die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften stärkt. Natürlich kann man schlicht politisches Rückgrat haben und sich den eiskalten Renditekalkülen globaler Konzerne entgegenstellen, statt ihnen die Beschäftigten schutzlos und wehrlos auszuliefern. Aber wer das alles nicht tut, der sollte dann auch aufhören, sich den Trumps und Le Pens dieser Welt moralisch überlegen zu führen. Das sind Sie nicht. Das sind Sie nicht. Denn es ist Ihre gemeinsame Politik, die die Rechte inzwischen auch in Deutschland stark gemacht hat. Sie, Frau Bundeskanzlerin, haben Herrn Trump nach seiner Wahl zur Anerkennung von Demokratie, Freiheit und Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen aufgefordert. Also ganz abgesehen davon, dass wir uns ähnlich deutliche Worte an die Adresse Ihres türkischen Freundes Erdogan auch mal gewünscht hätten, bedurfte es wirklich eines Donald Trump, um zu verstehen, dass es um Demokratie, Freiheit und Menschenwürde in der westlichen Welt nicht mehr gut bestellt ist. Der frühere US-Präsident Jimmy Carter hat die USA schon vor Jahren eine Oligarchie mit unbegrenzter politischer Korruption genannt. Und dass eine Supermacht, die mit ihren völkerrechtswidrigen Ölkriegen und ihren Drohnenmorden ganze Regionen dieser Welt chaotisiert und islamistische Terrorbanden damit gestärkt hat, dass die als Vorkämpfer für Demokratie und Freiheit ausfällt, also ich glaube, das hätte man auch vor Trump schon begreifen können. Aber der entfesselte Globalkapitalismus ist überall mit Demokratie und Menschenwürde unvereinbar, auch in Europa. Und auch die Kriege, an denen sich europäische Staaten beteiligt haben, haben noch keinem Land Demokratie und Freiheit gebracht. Im Gegenteil, sie haben Hunderttausende Zivilisten den Tod gebracht und Millionen aus ihrer Heimat vertrieben. Und es war ja wirklich ein Fortschritt, als mit Blick auf die russischen Bombardements in Aleppo plötzlich sogar die Bundesregierung anfing, von den Verbrechen des Krieges, von zerstörten Krankenhäusern und Schulen zu sprechen. Aber was ist mit all den zerstörten Krankenhäusern und Schulen, dort, wo sich Deutschland und seine Verbündeten an Kriegen beteiligt haben? Glauben Sie wirklich, dass es für das von einer Bombe zerfetzte Kind einen Unterschied macht, ob diese Bombe von einem russischen Flieger oder im Namen der westlichen Wertegemeinschaft abgeworfen wurde? Wir glauben das nicht. Und deshalb fordern wir Sie auf, geben Sie nicht noch mehr Geld für Rüstung aus, bereiten Sie nicht noch mehr Krieg vor, sondern treten Sie aus der militärischen Infrastruktur der US-dominierten NATO aus und holen Sie die Bundeswehr aus Ihren Einsätzen zurück. Deutschland wird nicht in Afghanistan, nicht in Syrien und auch nicht in Mali verteidigt. All diese Kriege haben den islamistischen Terror doch nur gestärkt und ihn letztlich sogar nach Deutschland geholt. Und ein Ende dieser Kriegsbeteiligung wäre wirklich das Beste, was Sie für die Sicherheit der Menschen auch hier im Land tun könnten. Und ein Wort noch zur CSU. Die CSU hat ja auf ihrem letzten Parteitag den erfrischenden Vorschlag gemacht, dass man den radikalisierten politischen Islam bekämpfen sollte. Auch wir finden es überfällig, dass dschihadistische Rekrutierungsvereine in Deutschland endlich verboten werden. Aber wo hat denn der politische Islam seine wichtigste Basis? Das sind doch die islamistischen Kopfabdiktaturen am Golf, die terroristische Mörderbanden weltweit finanzieren und hochrüsten. Und es ist nach eigenen Erkenntnissen der Bundesregierung auch die Türkei, die eine Schlüsselrolle bei der Organisation und Bewaffnung von Terrormilizen spielt. Und da finden wir es schon erstaunlich, dass es die christlich-sozialen Anti-Islam-Kämpfer aus Bayern offenbar überhaupt nicht stört, dass ausgerechnet die Türkei im ersten Halbjahr 2016 von Platz 25 auf Platz 8 der Bestimmungsländer deutscher Rüstungsexporte hochgerückt ist und dass auch Saudi-Arabien und Katar heute mit mehr deutschen Waffen beliefert werden als je zuvor. Was ist denn das für eine wahnwitzige Politik? Und da muss ich Ihnen sagen, wenn Sie schon, wenn Sie den politischen Islam bekämpfen wollen, also hier ist ein lohnendes Betätigungsfeld, dann setzen Sie sich endlich gemeinsam mit uns dafür ein, Rüstungsexporte in islamistische Diktaturen und in Kriegs- und Spannungsgebiete zu verbieten. Das wäre überfällig. Und da würden Sie sich tatsächlich verdienen haben. In seinem Buch Rückkehr nach Reims schreibt der französische Schriftsteller Didier Eribon über die Ursachen für den Aufstieg der französischen Rechten etwas, was sich meines Erachtens eins zu eins auf Deutschland übertragen lässt. Ich zitiere ihn. So widersprüchlich es klingen mag, bin ich mir doch sicher, dass man die Zustimmung zum Front National als eine Art politische Notwehr der unteren Schichten interpretieren muss. Sie versuchten, ihre kollektive Identität zu verteidigen oder jedenfalls eine Würde, die seit je mit Füßen getreten worden ist und sogar von denen missachtet wurde, die sie zuvor repräsentiert und verteidigt hatten. Also Eribon in die Nähe der AfD zu rücken. Also damit beweisen Sie wirklich Ihr Bildungsniveau. Also es tut mir leid. Das ist wirklich unglaublich. Sehr geehrte Damen und Herren, auch bei uns wird die Demokratie nur eine Zukunft haben, wenn die Menschen wieder das Gefühl bekommen, ihre Würde und ihre elementaren Lebensbedürfnisse werden von der Politik geachtet und anerkannt. Und sie sind wichtiger als die Wunschlisten irgendwelcher Wirtschaftslobbyisten. Nehmen Sie das endlich ernst, wenn Sie nicht dafür verantwortlich sein wollen, irgendwann einem deutschen Donald Trump den Weg ins Kanzleramt geebnet zu haben. Sarah Wagenknecht für die Linksfraktion, der Fraktionsvorsitzende, hat diese Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2017 eröffnet. Bundeshaushalt